Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Weißt du wie die Welt funktioniert? Geheimnisse des Alltags leicht erklärt näher zeigen. Dieses Buch hat 160 Seiten, wird für 6- bis 8-Jährige empfohlen und kostet 15 Euro. Das Thema ist hier Allgemeinwissen, ja eben alles Wissenswerte, was die Kinder so immer wieder mal im Alltag fragen und wie der Titel schon sagt, es geht eben um die Geheimnisse des Alltags, die hier strukturiert sind nach verschiedenen Bereichen, also eben Zuhause, Straße, Supermarkt, Natur, Alltag, Kosmetik und Kleidung und Verkehr und Transport. Es sind immer so 2- bis 4 Seiten pro themisch, immer unterschiedlich. Hier in dem Fall geht es zum Beispiel ums Wasser und dann wird immer sehr kindgerecht und leicht verständlich erklärt, dieses Thema. Es wird sehr knapp gehalten, sodass man das auch wirklich dann im Kopf behalten kann. Das wird eben nicht mit Informationen überladen, kann sich also wirklich das Wesentliche dadurch gut merken. Die Erklärungen sind wirklich aus dem Alltag. Hier war zum Beispiel Gullideckel oder hier mal die Steckdose, also alles Dinge, die Kinder in ihrem Alltag wirklich sehen oder womit sie eben konfrontiert werden und damit sie eben damit was anfangen können. Und da wird es dann ganz gut erklärt, sodass man auf all die Fragen, die Kinder so stellen, wirklich eingehen kann oder wenn man eben selber mal nicht weiß, nachgucken kann. Und so geht es immer eben hier alles über das Thema Zuhause. Dann geht es um die Straße mit Verkehrsregeln, mit allem oder was man auf der Straße findet und so weiter. Man findet so schnell eine wirklich gute Antwort auf die meisten Kinderfragen und kann es dann mit den Kindern gemeinsam nachlesen. Auch für Eltern steht hier viel Wissenswertes und kompaktes Allgemeinwissen. Ich selbst habe hier auch viel dazu gelernt. Dadurch, dass man das Thema auf zwei bis vier Seiten abschließt, bietet sich das an, täglich mal ein Thema zu lesen und gegebenenfalls dann darüber zu sprechen, ohne dass es jetzt viel Aufwand oder Zeit benötigt. Ich finde das Buch auch sehr, sehr gut für die Schule, aber auch allgemein für das alles Wissenswerte, um ein besseres Verständnis einfach für die Umgebung zu haben. Am Ende gibt es dann nochmal ein kleines Quiz, wirklich recht klein, damit man einfach nochmal schaut, ob man einiges aus dem Buch verstanden hat. Und dann gibt es hier, wie gesagt, das ist ein kleines Quiz. Dann gibt es nochmal ein Blossard zum Nachschlagen für unbekannte Begriffe und ganz zum Schluss nochmal einen kurzen Register, um schneller das gesuchte Thema zu finden. Es ist ein absolut empfehlenswertes Buch. Ich und meine Kinder sind total begeistert. Die Altersempfehlung würde ich nicht auf bis acht Jahre setzen, eher auf zwölf sogar. Ich finde es toll, dass hier so viel aus dem Alltag erklärt wird, dass ich selbst vielleicht niemals aufgegriffen hätte. Die Kinder können so ihren Wissensdurst stellen und sind nicht auf Wikipedia oder Google angewiesen, was ich gut finde. Es ist also für alle Eltern, die gerne bildende Bücher mit den Kindern lesen, absolut fantastisches Buch. Ähnliche tolle Bücher habe ich dann nochmal in der Infobox, sowie auch dieses hier für euch aufgeschrieben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Vielen Dank!